Hi! Willkommen zu diesem etwas anderem Video, in dem es um den CSD und Fetische gehen wird. Ich war auf dem großen CSD in Stuttgart. Es gab einen riesigen Umzug mit vielen Wegen, der zu einer Kundgebung führte. Begleitet von vielen Menschen, die am Rande zuschauten oder mitfeierten. Die Stimmung war gut, so ziemlich jeder Wagen hatte seine eigene Musik dabei und auf dem Anhänger fröhliche Menschen, die die Menge motivierten. Manche verteilten Bonbons, Sticker, Fahnen und Kondome. Stuttgart, eine sonst hektische Großstadt, verwandelte sich für einige Stunden zu einer großen, bunten Party. Besonders hat mich interessiert, wie es mit Fetischen aussieht, wer wird da sein und wie zeigen sich diese Menschen. Es ist ein umstrittenes Thema, das ich im Video ABDL und Windeln auf dem CSD bereits ansprach, bevor der CSD stattfand. Auslöser sind Beiträge gewesen, die öffentlich zeigen, wie Fetische sehr explizit ausgelebt werden. Darunter beispielsweise ein ABDL, der nur eine bunte Windel trug, also fast nackt über den Umzug lief. Andere klagten über nackte Menschen und sogar Sex. Auf mehreren CSD konnte ich mir selbst ein Bild davon machen. Der in Stuttgart ist der größte und daher am besten geeignet, um einen Eindruck zu bekommen, wie es mit Fetischen und übertrieben sexualiertem Verhalten hier wirklich aussieht. Fangen wir mit dem Sexuellen an. Vorneweg, ich habe den gesamten CSD über niemanden gesehen, der dort Sex hatte oder wo es so aussah, als würde man sich gegenseitig aufgeilen. Es ist auch keiner nackt herumgelaufen. Die meisten waren normal mit Oberteil und Hose bekleidet. Gelegentlich sah man Männer oben ohne, aber mit Hose. Das finde ich okay, vor allem bei den Temperaturen. Wir hatten um die 30 Grad, die Sonne knallte mittags gnadenlos. Selbst im Stehen schwitzte ich und war gefühlt andauernd am Trinken. Ich trug eine Windel drunter, die aber kaum nass geworden ist, weil die meiste Flüssigkeit ausgeschwitzt wurde. Wie sieht es mit Fetischen aus? Überraschend lange ziemlich leer. Ich bin am Anfang durch den bereits gut gefüllten Zuschauerbereich gelaufen und habe nur wenige Menschen gesehen, die man optisch der Fetischszene zuordnen könnte, wie etwa Outfits mit Leder. Die waren maximal oben ohne, aus meiner Sicht für die Öffentlichkeit vollkommen in Ordnung. Beim Unzug kam ziemlich gegen Ende eine Fetischgruppe. Ein paar Gearheads sind dabei gewesen, wie ihr hier sehen könnt. Das sind Menschen, die auf Ausrüstung stehen. Oft handelt es sich dabei um Motorradkleidung, inklusive dem Helm, wie hier zum Beispiel in orange. Manche finden andere Arten von Ausrüstung erregend, beispielsweise Gasmasken oder spezielle Outfits vom Militär. Man kann es sich wie Halloween oder Fasching vorstellen, aber eben das ganze Jahr und mit einer sexuellen Anziehung für die Kostüme. Die größte Gruppe waren Menschen mit Hundemasken. Bei Pubplay verhält man sich wie ein Hund oder ein Hundewelpe, es werden Halsbänder mit dem Namensschild getragen, man geht auf allen Vieren, bellt, gibt Pfote, spielt wie ein Hund und so weiter. Das reicht bis hin zu Herrchen und Rudel. In diesem Rollenspiel können Gedanken, Sorgen und andere Dinge aus dem Alltag ausgeblendet werden. Es gilt als Fetisch, ist aber nicht für jeden sexuell bzw. kann eine sexuelle und eine nichtsexuelle Seite beinhalten. Unter ihnen sind einige flauschige tierische Kollegen, nämlich die Foris. Diese Subkultur interessiert sich für Tiere, die menschlichen Eigenschaften haben, also beispielsweise sprechen können. Es ist sozusagen ein tierischer Körper mit menschlichem Verstand. Ein Teil von ihnen tragen Fursuits. Sie reichen von Masken über Pfoten und andere Teile bis hin zu kompletten Kostümen, die einen bestimmten Charakter darstellen, etwa einer Zeichentrickfigur. Sexuelles spielt oft eine untergeordnete Rolle, es geht mehr um eine Faszination für anthropomorphe Wesen. Dazu ein paar, die eher aus den klassischen Fetischen kommen, wie das anfangs bereits erwähnte Lieder, die optisch wahrscheinlich zur BDSM-Szene gehörten. Viele waren jedoch tierisch und man hat ihnen die Zugehörigkeit zu einem Fetisch als außenstehender Bull gar nicht unbedingt angesehen, weil er nirgendwo ausgelebt wurde. Es gab unter den tierischen Menschen sogar einige Demonstrationsschilder. Neben Forderungen, Fetische vom CSD nicht auszuschließen, mit Akzeptanz in der eigenen Community anzufangen, ging es beispielsweise auch um Gewalt gegen LGBT-Menschen. Solche Verbrechen sollen erfasst und geahndet werden. Finde ich gut und geht in die Richtung, woran ich im letzten Video erinnert habe, der CSD ist eine politische Veranstaltung, um für die Rechte von nicht-heterosexuellen Menschen zu demonstrieren. Das sollte bei allem Feiern und anderen Dingen nie vergessen werden. Auf mich wirkte die Fetischgruppe nicht deplatziert und auch in keinster Weise auf Sexuelle reduziert. Alle haben sich vernünftig verhalten und es wurde versucht, Brücken zu bauen. Forderungen wie beispielsweise Hassverbrechen gegen quere Menschen statistisch erfassen und dafür zu sensibilisieren, hätte sich wohl jeder genauso aufs Plakat schreiben können, weil es alle in der Community betrifft. Daher war ich positiv überrascht, dies gerade bei den Fetischmenschen zu sehen. Im letzten Video war mein Fazit, dass Fetische nicht auf den CSD gehören. Rückblickend habe ich mich bei diesem Urteil wohl von den Negativbeispielen zu sehr beeinflussen lassen. Es hat mich geärgert, dass sich einzelne Menschen nicht benehmen. Zum einen ist das in der Form unangemessen. Zum anderen liefert das eine Steilvorlage für Hass gegen die Fetisch-Community, der Beitrag des nackten ABDL alleine hat beispielsweise hunderttausende Aufrufe. Ich hätte es deutlicher machen und nicht nur auf die negativen Fälle reduzieren sollen. In der Form wie in Stuttgart als Demonstration, bei der man Fetische sichtbar macht, ohne öffentlich unzüglich sexuell zu sein und damit für Akzeptanz sowohl innerhalb als auch außerhalb der LGBT-Bewegung einzustehen, finde ich es positiv. In der Form könnte es gelingen, Ausgrenzung zu reduzieren. Die gibt es leider tatsächlich auch innerhalb der Gemeinschaft. Einige haben die Einstellung, Fetische sind nur okay, solange sie diese selbst mögen. Das ist schlecht für alle, es stigmatisiert dadurch andere und durch diese Verschlossenheit probiert man etwas gar nicht aus, das einem selbst vielleicht auch gefallen würde. Es ist übrigens kein ABDL dabei gewesen, der der Meinung war, nur in Windel und ansonsten nackt herumzulaufen. Das finde ich auch besser so, weil das dürfte nicht positiv helfen. Man kann natürlich Windeln tragen, ich habe das ebenfalls gemacht. Aber sich eben normal anziehen. Keiner läuft nur in Unterhose durch die Stadt, das wäre ebenso unangemessen. Für ABDL wird es zwar schwieriger, sich zu erkennen, weil es eben keine Hurt gibt. Doch dafür gibt es andere Lösungen. Man könnte noch viel mehr zum CSD sagen. Beispielsweise die Vielzahl an Wägen. Einige Kreative waren dabei. Ein Beispiel zu Maultaschen, die man auf einem CSD wohl eher weniger erwarten würde. Oder der Spruch auf einem Wagen, ich habe nichts gegen Heteros, aber muss man die jetzt auch überall in Film und Fernsehen zeigen? Es gibt noch mehr, einiges Kreatives ist dabei gewesen, manches hat zum Nachdenken angeregt. Mein Fazit ist sehr positiv, sowohl was den CSD an sich angeht, als auch der Umgang mit Fetischen. Ich habe nur tolle Menschen gesehen. Das einzige, was mir negativ aufgefallen ist, der Müll. Weil so vieles verteilt wurde, sind immer mal wieder Fahnen, Bändchen, Bonbons und anderes liegen geblieben, das hätte sicher nicht unbedingt sein müssen. Die Stadt war allerdings vorbereitet. Nachdem der Umzug endete, wurde direkt gekehrt und der Müll eingesammelt. Wart ihr auch auf dem CSD in Stuttgart? Wie ist euer Eindruck? Schreibt es mir in die Kommentare. Wer Lust hat zu schreiben, kann gerne in der Beschreibung über den Einladungslink in meine Gruppe bekommen. Bleibt trocken, bis zum nächsten Video.